Mein Name ist Lars Feddersen. Ich bin tätig für die Versicherungskammer Maklermanagement. Ich bin für das Geschäftsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg tätig. Meine Tätigkeit besteht darin, Makler zu unterstützen. Das heißt einzelne Kundensituationen mit ihnen zu besprechen und zu lösen. Darüber hinaus, was mir sehr wichtig ist, allerdings auch den Maklern Vertriebsansätze zu geben, um nicht nur eine Kundensituation zu lösen, sondern viele Kundensituationen herbeizuführen für die Zukunft. Ich mache diese Tätigkeit deswegen so gerne, weil sie so abwechslungsreich ist. Das eine ist der aktive Teil, dass ich überlege, was möchte ich mit meinen Partnern besprechen, womit möchte ich sie begeistern, was könnten sie gebrauchen. Der andere Teil ist, wenn die Partner auf mich zukommen, weil die ein Anliegen haben, was ich entsprechend lösen darf. Und das ist einfach jeden Tag spannend und erfüllend. Ich arbeite in meinem Maklermanagement deshalb so gerne, weil es hier die Möglichkeit gibt, meine Kreativität auch zu nutzen. Ich habe hier die Möglichkeit, selber Vertriebsansätze zu erarbeiten, diese auch darzustellen und ich werde nicht fest in irgendwelche Formen reingepresst. Dass das möglich ist, das macht einfach Freude. Mein Ziel bei der Arbeit ist es, mit dem Makler eine Partnerschaft zu erlangen. Und als Partner möchte ich gemeinschaftlich Konzepte erarbeiten, um hier dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020